Tricks, Tore, Tunnler, Lust auf Fußball kommt vorbei. Dujo Football am Mittwoch. Besten Oberligaspieler gegen St. Pauli 1. Viel Spaß, Jungs. Morgen geht's los. Hamburg auf der Brust, Braun-Weiß auf der Brust. Aber morgen hauen wir sie um. 18.30 Uhr im Meindorf-Stadion, die Dujo Football-Hälfte des Jahres. Ich freue mich richtig drauf. Tunnel, Tricks, Attacke, ein paar Grätschen. Mal gucken, welche Bundesligaspieler wir treffen. Und Jan Landau ist auch heiß. Daube, den Schluck nehme ich auf Dich. Mittwoch kriegst Du drei Tunner von mir. Das ist eine Ansage. Es wird eine geile Show, kommt vorbei, lohnt sich. Auf jeden Fall.